Das erste Spiel der Kompetition, ausgerechnet ein Titelkandidat, Ajax. Was finden Sie davon? Also wenn man mich fragen würde von vornherein, wann möchtest du mit deiner Mannschaft gegen Ajax, in Ajax spielen, dann käme mir sofort die Antwort mit erster Spieltag. Weil am ersten Spieltag sind die Mannschaften noch nicht ganz hundertprozentig fit, noch nicht ganz hundertprozentig in ihrer Philosophie drin. Sie haben noch nicht viele Wettbewerbs hinter sich gebracht. Ajax hat zwar den Vorteil durch die Champions League-qualifikationen bereits sehr aktiv im Wettbewerb zu sein, aber Sie wissen auch nicht unbedingt wie wir gerade drauf sind, also von dem her sage ich, erster Spieltag ist gut. Keine Chance zu haben ist immer eine gute Chance. Ich frage mich also, warum sie es fijn fand, um die erste Wettbewerb gegen Ajax zu spielen? Ja, was er sagt ist, als Sie hartstikke noch kiezen müssen, wanneer Sie gegen Ajax wilden spielen, dann würde es die erste Wettbewerb gegen Ajax sein, weil die beiden Wettbewerbs noch nicht helemaal fit sind. Ja, das ist richtig? Ja, korrekt. Sie sind sechs Wochen hier. Wie ist es Ihnen befallen, die sechs Wochen? Wie es mir gefallen hat. Ja. Also, diese Mannschaft ist unheimlich lernbegierig. Sie möchte alles das, was wir Trainer Ihnen anbieten, aufsaugen und auf den Platz übertragen. Von daher macht es sehr großen Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten. Sie ist charakterlich hervorragend. Sie ist immer engagiert und deswegen hat mir diese sechs Wochen mit meinem neuen Trainerteam in der Mannschaft sehr viel Spaß gemacht. Er hat uns gesagt, dass er sehr viel Spaß hat mit dem Team in den letzten sechs Wochen, dass er gut getraind ist, dass alles, was er hier gedacht hat, das auch wirklich hier hat angetroffen. Ja? Das ist richtig so? Ja? Ich hatte keine Vorstellung unbedingt jetzt, was auf mich zukommen wird. Aber das, was ich mir überlegt habe, was sein könnte, das ist in der Tat eingetroffen. Er hat also keine Vorstellung, was da alles auf mich zukommen soll. Aber er hat eingetroffen, was er von vorher eigentlich bedacht hat. Gut, Ajax Amsterdam hat gut gestartet in Europa League, Champions League, Sturmgras und Lüttich. Das stimmt. Das klappt. Sie sind gut eingespielt. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich glaube, es ist nicht, dass Sie jetzt schon so weit sind, dass Sie davon sprechen können, dass Sie hervorragend eingespielt sind. Weil da braucht man als Mannschaft schon noch ein paar Spiele mehr. Aber Sie haben sicher den Vorteil uns gegenüber, dass Sie bereits schon in einer Wettkampfhase sind. Sie sind also in einer Wettkampfhase, in der Sie noch einige Wettkampfhase in einer bestimmten Zusammenstellung haben können. Und das ist vielleicht ein Vorteil für die ploeg aus Amsterdam. Mit welchem Plan reisen Sie ab nach Amsterdam? Mit welchem Plan reisen Sie nach Amsterdam, um Ajax zu bestreiden? Ich werde jetzt in der Öffentlichkeit nicht erzählen, wie wir gegen Ajax spielen wollen, ist klar. Aber ich glaube, der Plan ist relativ einfach, weil Ajax die Mannschaft sein wird, die das Spiel gestalten wird. Und wir haben vielleicht öfters mal zu reagieren. Trotzdem wollen wir unsere Gedanken, die wir im Fußball haben, auch umsetzen. Also werden wir auch agieren. Ich gehe davon aus, dass wir mehr reagieren als agieren werden. Er sagt also, ich will meine Pläne eigentlich noch eventjes nicht offenbar machen. Aber Ajax soll das Initiativ nehmen in Amsterdam und wir müssen da adäquat reagieren. Korrekt. Das klappt. Wer spielt in Amsterdam oder wer spielt nicht? Das wird morgen in der Zeitung schon drinnen stehen, wie wir spielen werden. Weil die Medien ja uns auch ständig beobachten hier in unserem Stadion. Und jemand, der gut beobachtet, sieht schon in welcher Mannschaftsformation wir spielen werden. Das ist auch kein großes Geheimnis. Aber das jetzt aufzuziehen dauert zu lange. Er wacht also noch eventjes. Er hält die Kruid noch even drog. Er wacht noch eventjes mit dem Geheimnis. Frank, ich wünsche dir viel Spaß und viel Succes in Amsterdam. Und wir sprechen alle anderen morgen Abend. Dankjewel.